Ich freue mich, euch zu sehen. Es gibt eine unplanbare Umarmung von dem Thema von gestern. Die Predigt wird ein anderer sein, als das, was wir gedacht haben. Also keine Bilder. Ich heiße Juri. Bitte nicht schätzen, wie alt ich bin. Ich bin 45 Jahre alt. Ihr braucht nicht schätzen, ob ich verheiratet bin oder nicht verheiratet bin. Ich habe eine Frau. Meine persönliche Frau. Warum ich das sage, wenn ich jemandem gefalle, dass ihr euch zurückhält. Das war ein Test auf Humor. Ob ihr Humorvoll seid. Und die meisten haben gelacht, also haben verstanden. Und wenn jemand nachbar von euch nicht gelacht hat, dann schiebt ihn und sagt, es war ein Humor. Ich mag sehr umarmung. Wir lesen in der Bibel eine Geschichte von Jesus, wo Menschen Kinder zu Jesus gebracht haben, damit er sie segnet. Und diese Geschichte steht in manchen Evangelien. Aber in einem Evangelium steht, bevor Jesus sie segnete, hat er sie umarmt. Вам нужно будет найти, в каком Evangelium говорится, что он обнимал, а в каком просто благословлял. Euer Aufgabe ist zu finden, in welchem Evangelium Jesus sie umarmt hat und in welchem Evangelium er sie nicht umarmt hat. Dann habe ich gemerkt, dass die Evangelium, wo steht ohne umarmung, das war für die Deutschen. Und da, wo mit umarmung ist, das war die Ukraine. Und jetzt verbinde ich die zwei Evangelien. Ukrainer und Deutscher. Ich möchte euch alle umarmen jetzt. Ihr müsst eine Hand hochheben und euch umarmen. Vielen Dank. Ich habe geplant eine Predigt, dafür auch ein Powerpoint vorbereitet. Aber während der Anbetung sprach Gott zu mir. Er sagt, du sollst was anderes sagen. Es wird kein Powerpoint sein. Ihr müsst euch vorstellen. Wenn der Krieg begann, und die Russen in die Ukraine gekommen sind. Ich war an einem Ort, wo etwa 25 Kilometer weiter die russischen Soldaten standen. Jetzt sind sie näher gekommen, und wir sind dann 17 Kilometer bis zur Frontlinie. Ich hatte meine persönliche Frage an Gott gehabt. Wir kommen immer wieder in Umstände, Situationen, wo wir Gott fragen, wozu das? Wir haben eine Gebetsversammlung gehabt, und jeder hat sich diese Frage gestellt. Und das, was ich in meinem Kopf gehört habe, war sehr ungewöhnlich. Es war ein Gedanke, aber es war ein ganz klarer Gedanke von Gott. Ich habe dich in diese Situation zugelassen, oder dich in diese Situation hineingebracht, um dich mit Feuer zu taufen. Ich möchte dich mit Feuer zu taufen. Als ich das gehört habe, haben sich bei mir eine ganze Reihe von Gedanken entwickelt. Was bedeutet das? Gibt es in der Bibel etwas Ähnliches? Was hättest du gedacht, wenn Gott dir gesagt hätte, ich möchte dich mit dem Feuer zu taufen? Viele Gedanken. Ich habe dem Herrn gesagt, was bedeutet das? Und Gott hat mich geführt in Lukas, Kapitel 3. Und Johannes, der Täufer, tauft Menschen. Er ruft sie zum Glauben. Er sagt, совершите достойный плod покаяния. Und wer sich bekehrt, die tauft Johannes. Danach sagt er, die mir nachfolgen. Die hinter mir folgen. Der hinter mir folgt, nach mir folgt, wird euch taufen. Er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist. Und mit Feuer. Er hat das gesagt, die sich bekehrt haben und die sich taufen ließen. Er hat das den Gläubigen gesagt. Ich werde euch taufen mit meinem Geist. Und mit Feuer. Der erste Teil ist für die meisten Christen verständlich. Und mit Feuer. Aber der zweite Teil, und mit Feuer. Wenn man nicht weiter liest, dann kann man alle möglichen Gedanken entwickeln. Aber er erklärt weiter, was er meint. Und er nimmt ein Beispiel an Spreu und Weizen. Und er sagt, das Weizen muss gereinigt werden, getrennt werden vom Spreu. Von allem, was nicht gebraucht wird. Und da steht ein Verb reinigen oder trennen. Und er sagt, ich werde euch euch taufen mit Feuer. Jura, ich werde dich taufen mit Feuer. Ich werde dich reinigen. Von allem, was dich stört. Und wenn du eine Zeit lang unterwegs bist. Und wenn du eine Zeit lang unterwegs bist. Du wirst du aus diesem огnen und wirst du mehr похожer auf Jesus. Wirst du in der Zeit des Feuers, wirst du immer ähnlicher mit Jesus. Сегодня это посlание непопулярное. Heute ist dieser Ruf unpopulär. Es ist unpopulär Feuer, Reinigung und schwere Situationen. Aber damit du gereinigt bist, damit in dir durch dich Jesus zu sehen ist. Taufen bedeutet ja, unter Wasser bringen. Нам бы хотелось, чтобы Бог нас kristил или погрузил. Finanzen, здоровье, что-то хорошее, доброе, но точно не огонь. Wir wünschen uns, dass Gott uns erfüllt oder überfüllt uns mit Finanzen, vielleicht Material, mit Gesundheit und so weiter, aber nicht mit Feuer. Wir haben in der Rettung zwei Teile. Kräschение Духом Святым und огнем. Das ist die Taufe im Heiligen Geist und die Taufe im Feuer. In der Gemeinde in der Ukraine meistens wird fokussiert auf dieses Faktum, diese Bekehrung und Taufe im Heiligen Geist. Der Mensch hat sich bekehrt, hat sich an Jesus gewandt und sagte, ich bin jetzt gerettet, ich bin Jesus' Kind. Und in diesem Moment gibt Gott den Heiligen Geist den Menschen. Und was steht auch mit Feuer? Vielleicht doch nicht. Vielleicht reicht mit dem Heiligen Geist die Taufe, aber nicht mit dem Feuer. Aber es gibt auch einen zweiten Teil. Das ist die Heiligung. Das ist die Heiligung. Heiligung. Через огонь. Durch Feuer. Через тяжелые обстоятельства. Leute. Durch ihre Situation. Через войну. Durch Krieg. Через Konflikt in der Familie. Durch Konflikt in der Familie. Через болезn. Durch Krankheit. solches Evangelium ist nicht populär. Aber das ist im Evangelium. Ich werde euch восkretieren mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer. Dwei Teile der Rettung. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen Feuer. Und wenn du durchs Feuer gehst, Menschen fangen an, noch mehr in dir Jesus zu sehen. Und Gott sagte mir, Jura, deine Frau wird in dir mehr Jesus sehen. Deine Kinder werden in dir mehr Jesus sehen. Deine Leute in der Gemeinde werden in dir mehr Jesus sehen. Und deshalb habe ich zugelassen, dass du in diesem Feuer erst mal bleibst, das heute bedeutet Krieg. Gefällt es meinem Verstand und meinen Emotionen dieser Ruf Gottes? Nein. Nein. Aber das ist das Evangelium. Ich möchte Gott klatschen für zwei Teile der Rettung. Dann hat Gott geführt mich in das Alte Testament in Danielbuch. 3. Kapitel Danielbuch. Da wird beschrieben im Buch Daniel, dass Nebuchadnezzar, der König, einen riesigen Götzen geschaffen hat. Und er hat gesagt, eines Tages müssen alle Menschen sich beugen vor diesem Götzen. Und unter dem ganzen jüdischen Volk sind nur drei Menschen geblieben. Sie haben gesagt, wir werden uns nicht vor diesem Götzen beugen. Представьте, dass in Deutschland was für uns etwas zu tun ist. Stellt mal euch vor, in Deutschland wird euch befohlen, etwas zu tun. Und alle sagen, ja, wir verstehen es vielleicht nicht richtig, aber wir tun es. Und auch in den Gemeinden Menschen fangen an, sich zu beugen. Und drei stehen auf und sagen, aber wir werden es nicht tun. Solche Leute brauchen wir heute in den Gemeinden. Heute brauchen wir Brüder und Schwestern in den Gemeinden, die aufstehen und sagen, das tun wir nicht, auch wenn die Mehrheit das tut. Was ist in eurer Gesellschaft heute, was gesagt wird, tut das, aber Gott sagt, nein, es entspricht nicht meinem Willen. Stellt mal euch vor, die Beugung von diesem Götzen ist das gleiche, wie man umarmt diesen Götzen. in dem Moment, in dem Moment, wo im jüdischen Volk, in der Zeit, neben Gönesers, das ganze Volk und die ganze Gesellschaft umarmt hat diesen Götzen, in dem Moment, in diesem Moment, drei Männer haben Gott umarmt, haben den lebendigen Gott umarmt. In diesem Moment, sie haben in dem Moment, im gleichen Moment, haben sie Gott umarmt, und nicht den Götzen. Und weil sie Gott umarmt haben, und haben abgelehnt, was die Mehrheit der Gesellschaft getan hat, mussten die in den Feuerofen, sie wurden ins Feuerofen geworfen. Ich vermischt sie in den Wagen. Sie wurden ins Feuerofen geworfen. Die drei Männer, die Gott umarmt haben, sind ins Feuer gekommen. sind ins Feuer gelandet. Solches Christentum gefällt uns nicht. Wir möchten, dass es uns gut geht. Wir möchten nicht aufstehen und sagen, das ist Sünde, das tun wir nicht. Warum? Wir möchten nicht ins Feuer kommen. Wir möchten nicht leiden. Statistika. Vor dem Krieg hatten wir in unserer Stadt Kramatorsk eine evangelische Allianz von Gemeinden. 27 Pasterien. Wie viele von denen sind ausgewandert? Am ersten Tag des Krieges. 23 Pastoren. Wir möchten nicht im Feuer bleiben. Mein Gedanke, mein Verstand und meine Emotionen haben auch gesagt, lauf weg. Lauf weg. Emotionen. Die Emotionen. Lauf weg. Der Verstand. Lauf weg da, wo es soziale Hilfe gibt. In Deutschland 330 Euro pro Person. Emotionen. 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 In Amerika. Die Emotionen sagen, reiß in die USA. Aber Gott sagte, ich werde dich mit dem Feuer taufen. Ich bin kein Held. Das war eine Entscheidung. gegen den Verstand. Gegen den Verstand. Gegen Emotionen. Und Gott sagte, ich werde dich mit dem Feuer taufen. Und Menschen werden anfangen, in dir mehr Jesus zu sehen. Drei Männer sind in den Feueraufeln gelandet. Und auf einmal der Nebuchadnezzar, König, sieht vier Männer. Vier Männer. Vier Männer. Und er steht, und der vierte ist, wie Sohn Gottes steht da. Der nichtgläubige König sah den Sohn Gottes. Weil drei Jungs sind im Feuer gelandet. Drei Jungs sind im Feuer gelandet. Und der Heidenkönig hat den Sohn Gottes entdeckt. Die Anwesendheit des Sohnes Gottes spricht davon, dass er kontrolliert dieses Feuer. Er kontrolliert die Temperatur des Feuer. Er kontrolliert die Zeit, in der du in diesem Feuer bleibst. Und wenn du als Christ приглаfst Gott in dein Leben ein, dann in deinen schwierigen Situationen ist immer Gott mit dir. Viele sagen, es ist schwer, es tut weh. Aber wenn man aus deiner Situation schweren Gott herausnimmt, dann wirst du wirklich erleben, was bedeutet richtig schlecht. Die Krankheit hätte dich gefressen. du wärst emotional und körperlich zerstört. Der Sohn Gottes kontrolliert dieses Feuer und die Zeit, wie viel du da bleiben musst. Wir sind noch nicht umgekommen, weil der Sohn Gottes mit uns in diesem Feuer ist. Mein Bruder lebt noch, weil in meinem Konflikt mit meiner Frau Gott mit uns ist. Auch die Beziehungen zu den Kindern sind nicht zerstört, weil in dieser schwierigen Situation der Gemeinschaft mit Kindern Gott noch da ist. Этот мир еще полностью nicht zошел с ума, weil Gottes Sohn mitten in dieser Welt ist. Ich möchte dem Sohn Gottes klatschen. Was sollen wir tun, wenn wir merken, dass um uns herum die Menschen in schwierigen Situationen sind? Wir müssen das selbe tun, was der Sohn Gottes tut. Wir müssen hingehen und zusammen mit denen im Feuer sein. Wir müssen nur das tun, was der Sohn Gottes tut. Wenn der Mensch ins Krankenhaus gekommen ist, was sollen wir tun? Wir müssen hingehen und mit ihm sein. Wenn der Mensch ins Feuer der finanziellen Schwierigkeiten gekommen ist, wir müssen hingehen und mit ihm sein. Die Bibel sagt, wir sind die Hände Gottes. Wir sind seine Beine. Wir sind sein Mund. Wir müssen das tun, was der Sohn Gottes tut. Wir müssen hingehen und mit diesem Menschen sein. Ein Mann hat seine Frau verloren, also beerdigt. Напротив его дома жили соседи. Und gegenüber wohnten Nachbarn und die Nachbarn hatten einen Sohn. Dieser Sohn war etwa zehn Jahre alt. Und er hörte, dass beim Nachbarn die Frau gestorben ist. Und der Junge beobachtet, dass dieser Mann, der die Frau verloren hat, immer rauskommt nach draußen und setzt sich auf die Bank, da wo er früher mit seiner Frau gesessen hat. Und dieser Junge entscheidet sich, jedes Mal, wenn der Mann auf die Bank setzt, auch dahin, sich dazu zu setzen. Er hat das viele Mal getan. Und das hat die Mutter dieses Sohnes, dieses Jungen gemerkt. Und die Mutter fragte den Sohn, warum machst du das? Und der Sohn sagt der Mutter, ich setze mich neben diesem Mann und ich helfe ihm zu weinen. Dasselbe tut Sohn Gottes. Er sieht, dass du im Feuer bist. Er sieht deinen Konflikt. Er sieht deine finanzielle Situation. Er sieht deine Konflikte zwischen Mann und Frau, zwischen Kindern und Eltern und vielen anderen Mann. Und der Sohn Gottes möchte und ist mit dir in dieser Situation. 17 Kilometer von uns 17 Kilometer ist von uns top der Krieg. Ich muss da sein, damit Gott mich verändert. Aber auch, weil dort andere Menschen leben und leiden. Das braucht auch mir und diesen Leuten, damit sie wissen, dass ich da bin. Ich brauche das und die Menschen brauchen meine Anwesenheit dort. In unserer Kirche waren 73 Menschen. Vor dem Krieg hatten wir 73 Mitglieder in der Gemeinde. Wir haben dazu ermutigt, die Menschen zu evakuieren. Von unserer Gemeinde sind vier Leute geblieben. Wir haben gesagt, Jura, wir wollen nicht wegfahren. Wir haben uns entschieden, dass wir versuchen, den Menschen zu dienen. In unserem Stadt sind die Menschen im Feuer. sechs Betriebe sind geschlossen. Rakete прилetают. Die Raketen schläge jeden Tag. Через 35 Minuten 17 Kilometer, сколько нужно времени, чтобы российские войска пришли? 35 Minuten, 40 Minuten. 35 Minuten braucht die Armee, die Russische Armee, um bis zu unserer Stadt zu kommen. Die Apotheken sind geschlossen. Die Menschen haben keine Arbeit, kein Einkommen, die haben nichts. In unserem город до вторжения было 250.000 человек. Vor dem Krieg hatten wir etwa 250.000 Menschen in der Stadt. Ostalten 60.000 70.000 sind etwa 60.000 70.000 zurückgeblieben. Diese Menschen sind im Feuer. Und wir haben versucht, ihre Bedürfnisse zu stillen. Medikamente, Produkte питания, Grundnahrungsmittel, Kleidung und viele andere. Wir haben erfahren, dass in dieser Stadt viele ältere Leute sind, die nicht zum Gottesdienst kommen können. Wir haben sogar erfahren, dass viele Kinder ihre Eltern verlassen haben. Diese ältere Menschen zu Hause in der Wohnung hängen in der Wohnung fest, weil ihre Kinder sie verlassen haben. Und physisch sie nicht können zu uns kommen. Sönn Böger sagt, geh mit ihm in der Wohnung und bleib mit ihm рядом. Und der Sohn Gottes sprach zu uns und sagte, ihr müsst zu ihm in die Wohnung gehen. 73 Menschen, die Kommande unserer Kirche, jetzt haben wir ein großes Team und wir besuchen diese Leute. Und jedes Mal weinen diese Menschen. Und die weinen und sagen, uns haben die Kinder verlassen, uns hat die Stadt verlassen, uns hat die Regierung verlassen. Warum kommt ihr zu uns, warum verlasst ihr uns nicht? Weil der Sohn Gottes ins Feuer geht und er verlässt keinen im Feuer. Wir wollen das tun, was der Sohn Gottes tut. Wir versuchen mit den Menschen da zu sein, wo sie in ihrem Feuer stecken. 73 Menschen praktisch alle aus der Kirche und alle aus der Kirche verletzten. Wir haben angefangen, das Evangelium zu verkündigen und ihnen zu helfen. Wir haben jetzt vier neue Gemeinden, vier Gottesdienste pro Wochenende. Das sind alle neue Menschen, 80-90% neue Menschen. 15% sind 15% Christen aus den Gemeinden, die geschlossen sind. in vier Gottesdiensten kommen bei uns etwa 920 bis 1000 Menschen durch. In jedem Gottesdienst bekehren sich die Menschen. 75 человек поднимают die Hand und sagen, wir wollen Jesus anbeten. am 20. Nach dem Einbruch der Russen hatten wir die erste Taufe. Wir haben letztes Jahr sieben Wassertaufen gehabt. 97 Menschen haben sich taufen lassen. Ich möchte Jesus klatschen dafür. So мной steht Albert. Albert steht neben mir. Albert und noch ein Bruder Kies aus Deutschland. Die sind zu uns ins Feuer gekommen. Er hat sie aufgemacht und zu uns gekommen. Er ist zu uns gekommen und war mit uns. Er macht das, was er für ihn macht. was Gottes Sohn für sie getan hat, das tun sie jetzt für uns. Gott wird kristet dich mit dem Feuer taufen. Er kontrolliert die Temperatur des Feuer und die Zeit und die die Zeit kontroliert und направiert so, dass Leute увидели Christa kontrolliert es so, dass du dich veränderst, damit Menschen Jesus in dir sehen können. Das ist der zweite Teil der Rettung, das ist die Heiligung. Wenn du siehst Menschen um dich herum, die ins Feuer gekommen sind, was wirst du tun? Tue das Gleiche, was Jesus für dich tut. Er ist mit dir im Feuer. Jesus, ich bin überrascht von dir. Vater im Himmel, ich bin überrascht von dir. Der Heilige Geist, ich bin überrascht von dir. Спасибо тебе за крещение Духом Святым und за крещение огнем. Danke dir für die Taufe im Heiligen Geist und danke dir für die Taufe im Feuer. Und danke dir für dein Wort, которое uns tröstet, oblicat uns korrigiert und побуждatet uns ходить Bожьimi путями. Und uns herausfordert deine Wege zu gehen. Und wir выбираем сейчас похлопать тебе это твое Klatschen für dich. Das ist dein Evangelium. Wir wollen dir die Ehre bringen. Alleluia Господь. Alleluia. Amen.